Moin moin Leute und heute geht es mal weiter mit den Japanern oder Aufgehende Reich der Sonne. Jetzt kommt erst mal das Intro. Starte. 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 Komanda, Sie sind ausersehen Bushido wieder zu erwecken, den Weg des Kriegers. Sie werden Mitglied eines neuen Shogunats, das mächtige Anführer aus allen vier Regionen des Kaiserreichs vereint. Zuerst greifen wir Seite an Seite Sowjetrussland an und vernichten nicht bloß Ihre Armeen, sondern auch Ihre Anführer, Ihren Willen und Ihre Hoffnung. Mein Sohn, Kronprinz Tatsu, wird Sie unterstützen bei diesem ehrenvollen Auftrag. Tatsu war auch maßgeblich beteiligt an der Erschaffung unserer neuen Armee. Okay. Danke, Vater. Komanda, unsere Nanotechnologie ist unerreicht. Ja, aber wir müssen uns bewusst sein, dass Technologie allein unsere Feinde nicht besiegen wird. Wir brauchen auch unsere Tapferkeit, unsere Ehre und unsere Selbstaufopferung. Komanda, ich möchte Ihnen unseren obersten Logistikoffizier vorstellen, Frau Suki Toyama. Es ist mir eine Ehre. Die Toyama-Familie hat dem Kaiser seit zehn Generationen gedient. Ja, mein Vater folgt den Wegen unserer Ahnen und es ist viel Weisheit in dem, was er sagt. Aber dies ist ein neues Zeitalter, Komanda. Eine neue Welt. Tun Sie Ihr Bestes und führen Sie uns zum Sieg. Wieso denke ich schon bei den Ausschnitt und bei den anderen? Kommanda, Sie werden ein Dorf angreifen an der Nordküste der Sowjetunion, das vom Volk zutiefst verehrt wird. Allerdings könnte ein Marinestützpunkt in der Nähe des Dorfs unsere Invasion vereiteln. Die Einwohner sind dabei, den Jahreswechsel zu feiern. Sie treffen sie also völlig unvorbereitet. Moin, moin. Die Wünsche des Tenos sind, die Zerstörung ihrer Marine werft, ihren Willen zu brechen und dass sie diesen großen Feiertag in einen Albtraum verwandeln. Oh, rot. Kannst du bitte den Channel verlassen? Achso, okay. Tschüss. Kann ich ganz weiter machen. Alter, was hat mir denn für keinem Leben? Neutralisieren Sie die Küstenverteidigung der Sowjets. Zerstören Sie die historischen Denkmäler auf dem Marktplatz. Versenken Sie die sowjetischen Schiffe im Hafen. Tun Sie Ihre Pflicht, wird der Tenno sehr zufrieden sein. Pflicht bereit. Ja, achso. Neutralisieren Sie die Küstenverteidigung der Sowjets. Tja, mein PC ist mal wieder High-End. Hey, mein Schiebe 26 Prozent. Hat der Mann seine Taschenlampe? Das Wiedererstarken des Reichs beginnt heute auf diesem Schlachtfeld, Commander. Möge das Schicksal immer mit Ihnen sein. Tesla-Spulen. Abort. Möge. Die Sowjets sichern ihre Docks perfekt mit Tesla-Spulen. Unterbrechen Sie möglichst schnell Ihre Energiezufuhr, bevor Sie uns gefährlich werden können. Neues Einsatzziel erhalten. Ja, das wir eben machen. Unsere Reise beginnt. Nur nicht auffallen. Die Reiseroute steht fest. Nur ist noch nicht getan, ne? Ich stimme zu. Ich bringe euch dorthin. Direkt vor Ihren Augen. Ich stimme zu. Was ist denn mit hier oben hin? Die Reiseroute steht fest. Direkt vor Ihren Augen. Moment. Ich habe nur solche Leute, die so Panzerknappen haben. Willkommen daheim, Genossen. Ich komme inzwischen zu alten Videoren. Schnelltransporter können die Gestalt anderer Fahrzeuge annehmen, um die kaiserliche Infanterie in das feindliche Hinterland zu verlegen. Mit Luftkissen überqueren Sie Land- und Wasserflächen. Schnelltransporter verfügen über keine konventionellen Waffensysteme. Explodieren aber, wenn sie zerstört werden. Komm nicht weiter nach mir. Komm nicht hier unten. Ich bringe euch dorthin. Was ist die Linie da hinten? Frei. Frei. Oh. Auffassen. Unsere kaiserlichen Krieger können mit ihrer Angreifenfähigkeit zu feindlicher Infanterie aufschließen. Diese Panzerkiller sind auf die Zerstörung von Fahrzeugen spezialisiert. Eine Einheit wird angegriffen. Kommandor, der Tenno gewährt Ihnen in seiner unendlichen Güte für jedes zerstörte Primärziel ein nächstes Geschwader. Unser Verbündeter wird angegriffen. Sie haben keine Chance. Sie werden uns für eine der Ehren halten. Komm mal. Rausschicken? Ne, Tarn und weiterfahren. Hör auf, dieses Kraftwerk. Ja, da oben rechts. Zwei Gönner drauf. Zwei Gönner drauf, oder? Ja. Warten wir. Alle Küstengeschütze zerstört. Verstärkung ist unterwegs. Einsatzziel erreicht. Letztes Geschwader X bereit. Schlachtfeld erweitert. Die Dorfbewohner freuen sich auf die morgige Feier. Doch wenn sie aufwachen, haben sie nur uns. Bis vor Augen. Der Tenno wünscht, dass sie ihren Willen brechen. Zerstören sie ihre Monumente. Zerstören sie ihre Monumente. Was brauchen Sie? Neues Einsatzwerk. Freunde. Ich bin nett. Die Reiseroute steht fest. Befehligt mich. Okay. Eins gibt da. Kampfbereit. Ich bin nur ein bescheidener Transporter. Ich stimme zu. Direkt vor Ihren Augen. Brechen wir auf. Ich stimme zu. Neues Bonusziel halten. Transporter auf dem Weg. Es ist soweit. Wir müssen Geduld haben. Ich schlacke jeden Panzer. Kniet nieder vor der Macht unseres Reiches. Ein bescheidener Transporter. Geh nur nach rei. Okay. So. Geh auf meine Befehle. Tot den Barbaren. Sie stehen uns im Weg. Kampfbereit fassen. Ruhm und Ehre dem Kaiser. Wah, ich brüte meine Einheiten. Tot alles. Unsere Ninjas haben das Gebiet bereits infiltriert. Wenn sie sie gefunden haben, helfen sie bei der Vernichtung der feindlichen Infanterie. Wir werden siegen. Eine Einheit wird angegriffen. Es gehört uns. Eine Statue zerstört. Noch drei. Noch zwei Monumente. Neues Bonusziel erhalten. Die Ingenieure des Reiches sind... Ja. Ja. Ja mit ihren Statuen wird auch ihr Wille wanken. Werft sie um. Die Ingenieure sind eingetroffen. Erobern sie mit ihrer Hilfe Gebäude. Bonus Ziel erreicht. Wir warten dort. Schnell rein. Wir warten dort. Okay, ich nehme oben rechts das Gebäude, okay? Ja, mach das. Also in dieser... Also in dieser... Okay, war alles gut so unten da oben eben? Wieso? Weil ich eben... hier oben hinfahren möchte. Hennen. Spock machen! Spock machen! Spock machen! Mache shinobi. Ja. Sofort. Nur noch eine Statue. Ja die Statue ist kaputt. Was? Ey. Was sind Sie für ein Kommandant, dass Sie dieses Dorf an Neujahr angreifen? Ich werde Sie erledigen und dann wird der Spazor richtig gefeiert. Schlachtfeld erweitert. Unsere Mini-U-Boote kommen nicht an die sowjetische Flotte ran. Zerstören Sie die Tesla-Spulen, damit Sie angreifen können. Wohin wollt Ihr? Euer Einsatzziel erhalten. Braucht Ihr etwas? Allemann bereit? Seindliches Gebäude erobert. Bonus-Ziel erreicht. Zerstören Sie die Tesla-Spulen oder die Reaktoren. Reaktoren, okay. Also ich wollte den uns auch... Warte, ich will den nächsten... Hör. Schwul. Okay... Habt Ihr das gehört? Transporter auf dem Weg. Sie rennen durch Ihren Augen. Hast du keinen? Hm? Ne, wir haben Teilungsdier. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Ich muss warten. Ich mag die Mission nicht. Jetzt kommen schon meine Genossen und unterstützen mich. Sie hätten sich heute Morgen krank melden sollen. Was ist denn für welche? Ach, die hab ich auch schon. Soll ich was zerstören? Sie werden uns für einen der Ihren halten. Lass ich da mal durch. Blechen wir auf. Direkt vor Ihren Augen. Ich stimme zu. Ich bring euch dorthin. Die Reisroute steht fest. Ich bin nur ein bescheidener Transporter. Auf Sie! Sie werden uns für einen der Ihren halten. Nur nicht auffallen. Hä? Kein Mux. Wohin wollt Ihr? Verarschen? Nur nicht auffallen. Also doch. Alle waren bereit? Direkt vor Ihren Augen. Ich bring euch dorthin. Direkt vor Ihren Augen. Ja. Es ist soweit. Los. Eine Einheit wird angegriffen. Dann melden sie ein. Mach sie fertig. Weiter los. Ein Problem mit einem sowjetischen Reaktor? Unmöglich. Ein Augen. Wohin wollt Ihr? Kein Mux. Hm. Was wollte ich denn mal hin? Realistiker Plan. Rechen wir auf. Wir sind vor Ihren Augen. Oh wir machen gerade jetzt. Vielleicht bitte den Channel verlassen. Danke. Oh. Ich stimme zu. Ich weiß nicht, dass ich es geschafft habe. Nein, das ist genau. Nein. Das ist ja auch nicht schön. Erstmal spulen offline. Jetzt können Sie Mini-U-Boote angreifen. Mini-U-Boote. Schwer. In der Stadt herrscht Chaos. Daher wagen unsere U-Boote einen Angriff auf die sowjetische Marine werft. Eliminieren Sie alles, was sich Ihnen in den Weg stellt. Ich schieße Sie durch. Tut mir schießen Sie nicht. Der schießt doch schon. Schwer. Hau. Brut-idee. Holen Sie uns. Neues Einsatzziel. Erreichung. Schwer. 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 Ich würde jetzt diesen Amoklauf teil machen, wäre das nicht so schlau, oder? Ja. Alle drauf. Ich kann jetzt sie gar nicht abstößen können, die Geschwader, also, dass sie irgendwie durch Flak oder so geschwächt werden. Versenkt sie! Sie sind hier! Ihr geht mit uns runter! Einheit Verlohn. Zentrale, schön, dass Sie sich melden. Unser Verbündeter wird schon geworden. Nächstes Gefahr der X bereit. Sehr gute Arbeit, Commander. Unsere Unterwerfung der Welt hat nun begonnen. Hey. Gerade Part 52 hochladen. Warte. Einheiten. Hey, wie soll ich mal einheiten zum Schluss? Wie soll ich mal einheiten halten als du? Keine Ahnung. Warte, ich bin ein Grünjahr. Geh weiter.